Hi liebe Zuschauer! Ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. In diesem Video fahre ich erst mit dem Zug von Wilhelmshaven nach Emden. Von da aus mache ich dann eine Fahrradtour nach Krezil. Also viel Spaß mit dem Video. Supermarkt gefunden. Also jetzt erstmal noch ein paar Sachen hier für die Tuchuhr besorgen. Bischen Essen, trinken. Essen habe ich jetzt zu Hause, wohl eher trinken. Aber naja. Besser zu viel zu trinken, als zu wenig zu trinken mitnehmen. So Leute, ich bin jetzt gleich in Oldenburg angekommen. Und ja, ich habe da jetzt ziemlich gut und schweige Zeit. Also alles chillig. Chillig. Ich bin jetzt in Emden angekommen. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad weiter. in Richtung Krezil. Leider habe ich mal eine hier Kamerahalterung fürs Fahrrad zu Hause verloren. Den kann ich jetzt nicht filmen, während ich Fahrrad fahre. So Leute, ich versuche jetzt mal, weil ich hier ohne diese Kamerahalter rum auf dem Fahrrad zu filmen. Aber hier auf den abgelegenen Wegen geht das eigentlich. Das ist ja nicht so gefährlich, wenn man einhändig Fahrrad fährt, wie zum Beispiel auf der Straße oder so. Entschuldigung wegen dem Windgeräusch. Immer noch auch kein hier passendes Windschutzteil gefunden. Da sind ganz viele Kühe. Schaut mal. Süß auf jeden Fall. Die Dörfer, die zwischen Emden und Krezil liegen, gehören ja zum Großteil zur Gemeinde Krummhörn. Die Gemeinde Krummhörn befindet sich nördlich einer Deichlinie Krezil-Emden. Und der besteht aus 19 Dörfern. Es gibt einige davon die sehr schönen und sehr sehenswert sind. Denn wie zum Beispiel hier Voltzehnten. Im zehnten Jahrhundert wird der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Das ist eines der Warftendörfer hier in der Krummhörn. Eine Warft, das ist eine im nordwestdeutschen Marschgebiet. Wie ein aufgeschütteter Hügel, der ein ganzes Dorf vor Sturmfluten geschützt hat, bis die Deiche gebaut wurden. Denn bei Sturmfluten hieß er ansonsten Land unter. Und hier sieht man, wie schön diese Dörfer sind. Kleinode aus Rotenbach, Hacksteinhäusern, engen Straßen und hübschen Kirchen. Schauen wir uns hier schon mal so ein bisschen um. Die evangelische Kirche des Dorfes Voltzehnten wurde im Jahr 1727 gebaut. Und sie ist eine barocke Kirche. Und hier ist bereits der Nachfolgerbau eines Vorgängerbaus, der aufgrund von Einsturzgefährdung 1725 abgerissen wurde. Wann aber genau hier die erste Kirche standen oder ob das bereits der dritte Vorgängerbau, der Kirche, oder ob es der Nachfolgerbau hier ist. Das lässt sich allerdings nicht nachweisen. Da liegen mangelnde Urkunden vor. In den Marschgebieten wird der Kirchturm vom Kirchenschiff getrennt und extra niedrig gestellt. Denn die schweren Kirchtürme geraten durch die Schwingung der Glocken auf dem weichen Marschboden ebenfalls in Schwanken. Und das gefährdet dann sowohl das Dorf als auch das Kirchenschiff. Und die Kirche, da können wir mal gucken, ob die jetzt mal auf hat. Boah, so eine Landstraße, wo man einfach mal komplett alleine ist, ist einfach geil. Aber ich meine, viele Leute haben ja schon erzählt, dass die Gruppen hören, richtig schön sein sollen. Aber dass sie jetzt hier sind, wäre das top gerade alles. Richtig gut. Schöne Landschaften, schön ländliche Regionen. Also ich bin jetzt übrigens gerade auf der Pefstummer-Straße, also Pefstummer-Landstraße. Weil wenn ich jetzt von hier von Volcet nach Pefstum fahren wollte, weil ich hoffentlich auch irgendwie einen Kaffee aufhat oder so. Einfach mal einen Zaun auf, alles klar. Wieso stehen da nicht so Verkehrsreflektoren und statt hier irgendwelche Lampen? Wahrscheinlich verbrauchen die weniger Schwanken, oder? Ich habe vorgesehen schon Pefstum. Da liegen einfach Heuballen rum, einfach so, wie man es kann. Ich habe Pefstum gefunden. Ja, also Pefstum ist der Verwaltungssitz der Gemeinde Krumm-Hörn. Es gibt 3500 Einwohner. Mal gucken, wo es jetzt hier im Bäcker gibt. Google Maps sagt 5 Minuten in diese Richtung, aber ich bin gespannt. Weil ich habe nämlich wirklich mal Hunger und Durst auf den Kaffee. Ich war jetzt gerade hier beim Kaffee, nee, Buchholz. Wasser war auch unter Einheim. Wir sind das Kaffee Lieblingsplatz genannt. Ja, Leute, das ist richtig gut. Also ich hatte ja Mohnkuchen, habt ihr gesehen, und Kaffee. War beides richtig lecker. Der Mohnkuchen war richtig saftig. Ja, nicht so trocken, wie man es von manchen anderen Bäckereien kennt. Die wichtigste Sehenswürdigkeit im Pefstum ist die Maninga-Burg. Das war früher der Häuptlingssitz der ostfriesischen Häuptlingsfamilie hier in Maninga. Und zwar, also Häuptlinge waren ja in Ostfriesland oder generell hier in Norddeutschland relativ nicht bekannt. Das waren halt so hoch erhabene Leute. Da seht ihr aber, das hier ist nur noch das Vorgebäude von der Burg, das als einzige erhalten lieb. Und ja, das Museum hat jetzt auch nicht geöffnet. Deswegen kann ich da jetzt leider nicht rein. Schade eigentlich. Aber ja, ist da dann halt so. Mal gucken, was mich noch so auf dem Gelände erwartet. Ich denke mal nicht viel oder so, wenn ich mir das mal so angucke hier. In dieser Burg wurde übrigens auch im Jahr 1877 die erste anerkannte deutsche Frauenärztin Hermine Häusler in Hützen geboren. Sie hat 1989 in Berlin studiert und war somit halt wirklich die allererste deutsche Frauenärztin, die wirklich anerkannt wurde von der Deutschen Ärztekammer damals. Das muss man sich mal ausmalen. Es gab zahlreiche Pioniere, die haben nicht bestanden. Aber die hatten jetzt einmal irgendwie schon Vorfahren gehabt wahrscheinlich. Und ja, im Ärzteberuf. Und ja, dann hat das halt auch gepasst, dass man hier irgendwie, dass man da irgendwie so ein bisschen nachgeholfen hat. Dann hat man da ein bisschen rumpioniert, ja. Und dann ging das auf einmal. Also ich würde mir auch ganz gerne noch die Osterburg in Grothusen anschauen. Allerdings weiß ich nicht, ob das klappt, weil ja, ich wollte jetzt eigentlich direkt durchfahren nach Gretziel, weil ich habe jetzt nur, weil ich habe jetzt nur einen Tag, das ist das Problem. Ich meine, ich habe jetzt nur, also es ist jetzt ein Sonntag, auch hier und ich, also ich habe auch keinen Urlaub oder so. Deswegen, ja, schade eigentlich, aber ist dann halt so. Aber immerhin doch schon mal ein Video über die Krummhören. Vielleicht mache ich ja künftig mehrere Touren, wenn ich mehr Zeit habe hier durch. Das ist ja eine sehr schöne Gegend, wo man immer wieder gerne herkommen kann. Ich fahre jetzt gerade zum Kampener Leuchtturm. Kampener Leuchtturm heißt der. Naja, also wird zwar wie Kempten geschrieben, der Ort wird zwar wie Kempten geschrieben, aber der wird nicht Kempten ausgesprochen, sondern Kampen ist ja einfach so. Der Leuchtturm in Kampen ist der höchste Leuchtturm Deutschlands. Mit, ich glaube, 63 Metern waren das so. Und das ist ja auch der älteste, der sich noch im Betrieb befindet. Der in Pilsum ist ja noch älter, wo ich ja auch noch vorbeikomme, um jetzt auf dieser Tour. Aber, naja, der ist ja mittlerweile nicht mehr im Betrieb. Oh, scheiße, die können ja die Straße echt mal ausbessern. Da ist der Kampener Leuchtturm. Seht ihr schon ganz klein. Ja, voll geil das Ding. Allein wegen der Landschaft hier ist es schon geil. Ja, toll, wegen dem Wackeler, ne, aber es ist halt so wegen der scheiß Straße hier. Kann ich nichts für. Das hier ist der Leuchtturm in Kampen. Ja, weil ihr habt ja gerade eben schon aus der Ferne gesehen. Ja, der ist sage und schreibe wirklich 63 Meter aus. Es ist ja abartig, wie hoch das aussieht, ne. Das wirkt es wahrscheinlich auf der Kamera gar nicht so krass, aber ja, für den Leuchtturm schon hoch. Ich würde gerne mal wissen, welcher Leuchtturm der höchste Leuchtturm der Welt ist. Vielleicht gibt es ja noch höhere als den hier auf der Welt. Aber, ja gut, ich meine, ich dachte auch immer, es wäre nur dieses Stahlgerüst, ne. Dieser Leuchtturm mit dieser Kuppel oben drauf. Aber nein, sondern die Hauptsäule des Leuchtturms steht in der Mitte. Und ja, weil man hier früher im Marschgebiet war und man nicht wollte, dass der jetzt einmal ins Schwanken kommt und bei jedem Windstoß hin und her hängt und ja dann auf die Menschen runter stürzt, das hat man hier einfach, um den zu stützen und hier schwere Stahlgerüste mit Gegengewicht drum herum gebaut. Finde ich richtig cool und sieht auch absolut beeindruckend aus. Ich bin immer gespannt, wie der Pilsumer Leuchtturm gleich vor Ort aussieht. Der soll ja da hinten irgendwo sein, oder? Und da bin ich echt mal gespannt, weil der ist ja so gelb geringelt, ne. Und das sieht immer auf so Bildern so geil aus. Ja, das muss einfach mal. Ja, Leute, eigentlich wollte ich jetzt ja noch vom Kampener Leuchtturm hier, wo wir zum Pilsumer Leuchtturm und von da aus nach Krezil fahren. Aber ja, also mir wird das ja einfach, mir ist der Gegenwind da einfach zu stark. Da fahre ich jetzt nicht mal mit Rückenwind da lang. Ja, fahre dann, bevor ich nachher so richtig kaputt bin, dass ich morgen gar nicht mehr aufstehen kann. Fahre ich dann lieber hier mit Rückenwind in Richtung Emden. Ja, steig dann da in die Regio ein. Ja, dann nach Hause. Aber heute, also für euch war es das hier. Jetzt hier von diesem Video. Lasst ein Like da. Wenn euch trotzdem gefallen hat, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr aus Wilhelmshafen und der Region sehen wollt. Und vergesst nicht, die Glocke zu läuten, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!